Hallo zusammen, heute geht es um ein Schönheitspaket, welches ich gerne verschenken möchte. Das wird im Rahmen einer Verlosung stattfinden. Ich werde die Teilnahmebedingungen natürlich in die Infobox schreiben. Das Ganze werde ich drei Tage laufen lassen und dann per Zufallsgenerator entscheiden lassen. Es geht um unsere Hausmarke Dalton. Das ist ein Schönheitspaket mit einer Tagescreme, einer Nachtcreme und einer Augencreme. Das ist eine völlig neue Serie, Blue Essential, die Dalton herausgebracht hat. Dalton führt sicherer Institutskosmetik, Meereskosmetik, made in Germany, tierversuchsfrei. So, ich habe, das ist alles original verpackt, selbstverständlich, als allererstes hier eine Infobrochüre und werde euch dazu einiges erzählen. Also, das ist eine Serie speziell zum Schutz junger Haut. Junge Haut, das heißt Mitte 20 bis Mitte, Ende 30. So, ich habe ja auch hier ein paar jüngere Zuschauerinnen dabei. Und, ähm, also schütze deine Haut, sag Stopp zu Urban Pollution und Blue Light. Also, was ist Blue Light? Blue Light haben wir im TV-Handy, also Smartphone, Tablet, Computer, ja. Also, was dich wirklich schneller alt aussehen lässt, ist Urban Pollution und Blue Light. Das sind die Feinde deiner jungen und strahlenden Haut. Und mit dieser Creme heißt es, beschütze sie jetzt. Also, wir finden dieses, ähm, dieses sichtbare Lichtspektrum in Smartphones, hatte ich ja gesagt, Laptops etc. Und im Vergleich zu UV-Strahlen dringt dieses blaue Licht tiefer in die Haut ein, schädigt die Hautzellen umso mehr, also die gesunden Hautzellen. Smoke, Rauch, Feinstaub, giftige Gase, alles, was so in der Luft umherfliegt, Kohlenmonoxid, Schwefeldioxid belasten die Luft und unsere Haut. Entzündungen werden begünstigt, Hautpuren verstopfen und der Tint erscheint fahl. So, da haben wir jetzt einmal eine Day Protection Cream. Jetzt braucht deine Haut keine Sorgen mehr zu haben. Die Tagescreme, ich zeige es dir mal, die Tagescreme. Die Tagescreme managt die Belastungen des Alltags und beschützt dich wie ein persönlicher Bodyguard. Phytoplankton umhüllt als atmungsaktives Schutzschild die Haut und wehrt Umweltstress sowie Blue Light effektiv ab. Das wird also morgens aufgegeben. Das sind 50 Milliliter. Ein sehr schönes Packaging. Ist natürlich auch ein Spatel drin enthalten. Bitte nicht mit den Fingern in ein Töpfchen gehen. Und das wäre natürlich toll, wenn die Gewinnerin mir dann nur mitteilen würde, wie sie diese Serie empfunden hat. Ich habe keine Erfahrung damit. Deshalb lese ich auch alles vor. Weil ich bin ja älter. Ich bin ja Generation Best Ager. 50 plus und fast 60. Also noch nicht ausgeschlafen. Deine Haut schon mit dieser Nachtcreme. Füllst du leere Akkus ohne nötige Zellenergie wieder auf. Und zwar ist es eine Blutregenalge. Die repariert entstandene Schäden in der Tiefe und verhindert die negativen Auswirkungen von antioxidativen Stress. Die Haut wird entspannt und erfrischt. Und du kannst super damit in den Tag starten. Was ich ganz toll fand beim Lesen, ist jetzt die Augencreme. Und zwar die Augencreme, das sind, wartet mal, wie viele Milliliter, 15 Milliliter. Bei dir geht es nicht ohne Concealer, steht hier. Auf den kannst du verzichten. Die Augencreme, die Augencreme, also entschuldigt bitte, aber ich muss es vorlesen, steht dir als Fighter im Kampf gegen müde Augen zur Seite. So werden Augenringe nach und nach aufgehellt und die Haut gestärkt. Morgens praktisch und abends auf die gereinigte Augenpartie auftragen und sanft einklopfen. Und was ich sehr erstaunlich finde, Tränensäcke sind schon nach einer Anwendung um 16 Prozent vermindert. Und diese Creme passt sich dem Hautton an. Ich finde, das ist eine gelungene Serie für die junge Haut. Bei mir habt ihr immer nur Best-Aging gehört. Und deshalb freue ich mich umso mehr, dass ich diese komplette Pflegelinie an eine Frau, an eine Lady weitergeben kann. Schaut bitte in die Infobox. Ich schreibe nochmal die Teilnahmebedingungen dazu. Natürlich wäre es schön, wenn die Gewinnerin eine Abonnentin meines Kanals wäre. Und hinterlasst mir bitte einen netten Kommentar, warum ihr gerade diese Serie gerne ausprobieren möchtet. Und ja, das war es eigentlich schon. Ein kurzes, schnelles Geschenkvideo. Ich wünsche euch wie immer das Beste. Seid besonders gut zu euch und zu eurer Haut. Die anderen lege ich natürlich auch. Und ja, in der nächsten Zeit wird es bei mir etwas hektisch zugehen. Ich werde dazu nochmal ein Video machen. Ich muss auch die kladdern, also entrümpeln. Ich bin ja schon fleißig dabei mit Möbeln, Accessoires, Kosmetik, Klamotten, Schuhe. Alles, was meines Erachtens zu viel ist und ich mich etwas minimieren werde. Und man sagt so etwas, aber das ist irgendwie eine sehr schwierige Entscheidung. Weil man hat ja doch, man umgibt sich ja mit liebgewonnenen Dingen. Und auch manchmal ist es so im Leben. Da muss man sich entscheiden, muss sich trennen, muss loslassen. Ja, nun denn. Also der Sommer wird jetzt noch sehr aktiv bei mir. Deshalb auch sporadische, schnelle Videos. Und ich werde euch dann noch genauer informieren, was, wie, wann, wo hier los ist bei mir. Also seid besonders gut zu euch. Habt noch einen wundervollen Tag oder Abend, wann ihr das gerade schaut. Und für die Ladies, die neu bei mir sind, ihr könnt mich gerne abonnieren. Könnt auch die Glocke aktivieren, um keines der Videos zu verpassen. Ja, und dann sage ich Tschüss und bis bald. Bleibt mir alle gesund. Danke. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020